hier gibt es jetzt unsere Wahl und so Prozent die Städte und sind unsere Fertigkeiten aus die E-Mail ich bin Propaganda doch zack um ja okay und sieben ich bin erster Wattest du Watt oder ich muss man vor allem anziehen er hat sich nicht vielleicht bin ich ganz kurz nackt und die die ich aus die hübschen nene 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 er hat sich an und nene nene also ja ja ich muss noch verstärken und so das verstärken ich verstehe meine folge ist die schon vielleicht auch plus drei oder plus fünf und nicht mehr ja genau das mache ich auch also ich sehe ich immer noch nicht ausziehen ausziehen stadt so sich sowieso nicht nach welch meine der Seite Prozent auszieht ausziehen 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 die Mochum wird auch lieb oder ist ein Berger siehst du eben siehst du ihn so ist die Rüstung aus aus gelb ne auch aufspielend er wird du siehst du aus wie so ein Henker mit nach so also warte 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 wie sehe ich eigentlich schon das zu Haus habe ich noch Platz zu nehmen wenn zu tun um Kroo ich aus dem ohne vor Wotter jetzt müssen Wotter 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 die in die Zukunft funkel funkel nur sehe ich aus ohne gar nix ok warte ich beginne mal mehr ok er hat einfach nur steht bleiben ok das ist was das ist für mich das ist um ok um dann warte btf what the fuck was ist das alles hey habe ich keine ahnung ok 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 auch ich kann sogar eine nahkampfattacke sorry sorry ok dann kannst du mal ok warte 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 au auch ich glaube ich bin es macht er ist nicht wo und sieben und das ist für mich Slow Motion Und mehr habe ich glaube ich nicht Aber Absicht Warum hatte ich mich nicht hinbeam? Ja, tut weh, ne? Tut weh Wenn man die anderen Partner verletzt Alter Ich wollte nicht kack wollen Achso, du hast ja noch keine VM Ja Stimmt Wollen wir eine Runde leveln? Jo, warte Äh Ich weiß nicht, soll ich heute noch Xbox zocken? Ich zock wahrscheinlich nicht mehr Warum, ne? Also Leute, wenn ihr uns enden wollt, dann schickt uns eine Nachricht und dann ignorieren wir sie Ne, wenn ihr uns enden wollt, dann schickt uns eine Nachricht und dann ignorieren wir sie Ne, wenn ihr uns enden wollt, dann schickt uns eine Nachricht und dann ignorieren wir sie Unter dieser Adresse Ignorieren at ignorieren.de at ignorieren Und dann werden wir sie sicherlich lesen Yeah Also es kommt drauf an, in was enden? Was meinst du jetzt mit enden, in was? Was? In Xbox, in GF, was? Xbox, wenn die mit uns zocken wollen Ja, zocken, glocken Ja, ja, ich denke, er füssen wir, wie wir heißen Ja, aber Wir machen ja so oder so noch mit Level 40 Ja, so stimmt Das wird eine Überraschung, das ist jetzt nicht Oh ja Das dürfte nicht wissen Ja Ja Okay Oh, wie komme ich jetzt nach Insel Angola? Ich glaube Indem ich mit diesen Warte, ich muss doch mit jemand reden, der hat mich gemacht Wo ist der? Oh, warte, ich muss gut zu Puckwald Und ich muss kurz zur Bank Zur Bank Ja, weil da ist auch mein Rot-Kokosnuss-Ticket Eins Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Oh, ne Oh, ist mein Bonbon geblieben Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mein Bonbon geblieben Ah, eins Das hat wehgetan Du bist nicht hartbefehl, du Spast Derabi Der KGP-Breeze Du, 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 du Wirklich Du, 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 ja Oh Mit Mohammed Prüfungsstein des Achsschmiedes Werdest du mich verarschen? Was will er dich verarschen? Er hat dich schon angearscht Erarscht dich doch an jeder Seite an Also ich bin in Selangoya Bin schon dort Gut, gut, gut Ich hab mein Rot-Kokosnuss-Ticket benutzt Oh, das war schwer, das war schwer Also warte, ich komm jetzt mit In Selangoya Erstmal Tränke kaufen, sehr, sehr viel Tränke Achso, stimmt Stimmt, wir können ja die neuen Tränke kaufen Okay, die könnte ich eigentlich nicht mehr brauchen So, warte, ich geh So, 50 hier Tränke Und sagen wir nur 31 Mana Tränke Ich gucke mir mal so ein paar Lederbeutel, damit ich wenigstens mehr platze So, warte, ich geh nicht mehr Ich muss gleich niesen, ich weiß es, 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 ich weiß es schon, warte Achso Was war denn das? Ich hab gehustet. Ich gewusst es. Okay, ich muss doch nicht niesen, Fehlalarm. Setzt euch hin, Leute, ihr könnt euch hinsetzen. Aber was müssen du? Jetzt kurz meinen Schwanz verstärken. Äh, meine Handschuhe und meine Krüstung und so. Jetzt komm. Jetzt komm, sag gut. Sag gut, Handschuhe. Jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. Oh, 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 oh. Verdammt. So, was aus. Jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. So, ich bitte mal teleport. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wo ist mein Arschloch geblieben? Äh, ja an deinem Mund. Äh, ey. Äh, ne, ne. Sag, Dämonjäger, hallo Dämonjäger. Ja, ich möchte gerne Dämonjäger. Aber, oh, oh. Und, also, wo bist du? Ne. Ich kenne dich zum Anfang. Ja, kann schon mal anfangen. Lief to win. Äh, hier. Äh, hier. Ich kenne dich. Ja, ich kenne dich. Ich kenne dich, ich kenne dich. Jetzki, 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 Jetzki. Jetzki. Na Putré, echteski. Ja so besorgt ich habe verspärkt 2.333 jetzt kommt schon 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 jetzt kommen wo bist du ich bin schon am beiden ja ich muss gerade meine sachen ich bin leichter wusstest du dass man da dass man sein book auch leggy waffen geben kann ja und bringt es ihm ja dann kämpft er mit mit einer leggy waffe ne wusste ich nicht ja genau was auch stimmt das ist das übertrifft alles ich weiß nicht ausrufezeichen wann gehst du bin ich weiß nicht ausrufezeichen hast du muss morgen arbeiten ich weiß nicht ausrufezeichen ich weiß nicht ausrufezeichen muss ich morgen deine schwester ich weiß nicht ausrufezeichen was denn ausrufezeichen nimm mal leise fragezeichen klick mich im arsch ausrufezeichen Punkt Strich Komma drei vier herz' Maul ja ja bis zu tun wie lange geht er damit schon die 15 Minuten jetzt gleich endlich ja merkt man einfach jetzt Warte O ich habe auch noch verstärken und hat können jetzt kommt ihr geht auch für genauer es kommt bei der ich glaube heute auf und kommt dann morgen, weil ich hab morgen den ganzen Tag Prüfung? Nein, wir können eigentlich morgen anfangen Minecraft zu zocken, wenn mein Freund ankommt Echt? Ja, dann macht er den Server an und dann können wir ihn zocken Dann kommt Marco endlich nochmal Ähm, Marco kommt er meinte eine Woche davor, ne? Ja, kann sein Und wann bist du weg? Am 6. Schön nach England, klasse und so Ja, da wird so scheiße, England Nee, das wird witzig Hey, gehst du so, sagst du dein Lehrer Geht jetzt zu einer Person und fragt, die viel Uhr es ist Hallo? Ähm, nicht viel Uhr es ist Ähm, it's 11 o'clock Ja, genau, Marco Ähm, ja, dann sag ich mal tschüss Und ich nicht Ähm, doch, ich schon Ich noch nicht Oh, ja, fett Dann sag ich mal tschüss im Voraus Er sagt gleich noch tschüss und tschüss, ne, tschüss 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 Tschüssing und tschüss Also, wenn ich bitten darf, nicht so nicht unhöflich Tschüss Nicht so unhöflich sein Ja, warum nicht ich so unhöflich? Du sagst doch hier nicht tschüss Ja, ich muss grad noch was verstärken und dann kann ich tschüss sagen Nein, du kannst jetzt noch tschüss sagen Nee, ich sag gleich tschüss Sag tschüss Jetzt komm, geh, 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 geh doch Schau drauf Schau drauf Oh, so hast du tschüss gesagt, nein Ich sag gleich tschüss Ja, sag doch, wir haben jetzt schon mehr als 15 Minuten Ja, schon klar Ja, schon Ja, wenn du nicht tschüss sagst Ey, oh, da will mich... Oh mein Gott, ey Ich hatte doch noch ne Waffe Ja Ähm, die ist für Bogenschützen, Assassinen, Jaschen Schattenkönig Und jetzt bin ich ein Weitlauf, dann kann sie nicht mehr anziehen Du hast die auch kaputt gemacht Nee, hab ich nicht, die ist noch Die geht noch, aber das ist nicht mehr für den Weitläufer Nur für den Bogenschützen Das macht mir schwer Oh mein Ja, und dafür kannst du tschüss sagen Und das machst du alles beim nächsten Bot Hm, warte Wieso kann ich nicht zweimal die gleichen Sachen anhaben Ach, egal Also ich sag jetzt tschüss Ich will euch jetzt nicht baten lassen Tschüss Tschüss